Ich bin nur nackig. Ich würde es auf gar keinen Fall ein schlechtes Spiel nehmen. Es ist auch kein überragendes, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke, wir sollten das Feedback erst fürs Ende lassen, oder? Lass uns mal sehen, wie es weiterläuft. Kackspiel! Scheisspiel! Okay. Miyamoto, wieso machst du das? Komm, ich synke das. Also, gut. Ich hab' gar nichts verstanden, du dummer Hund. Das ist die finale Schlacht. Okay, der letzte Level ist richtig Schrott, dieses Spiels. Ja, genau. Wir wollen dieses Spiel einfach schnell hinter uns. Also, das war's dann. Wir sind dann vollkommen hinter allem. Mach'n bisschen lauter, dass wir alles verstehen können. Also, wir sind hier, wo? Bei Venom. Wir sind auch Venom, ja. Irgendwie, ich hab' die Steuerung wieder komplett vergessen. Ich... Ah, shit. Okay, der Kampf ist mandatory. Ja. Übrigens. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, zwei von denen umgebracht zu haben bei der letzten Schlacht. Ja. Aber hey! Aber so richtig tot. Wer braucht schon das echte Star Fox... Wer... Wer braucht schon das alte Star Fox-Formular? Fuck, endlich besieg's ihn. In deiner Hühnchenform. Enti, du bist vollkommen schwach, so. Weißt du, dieser kleine Planet erinnert mich ein bisschen an ein bestimmtes Spiel mit einem fetten Klempner. Weißt du, welches? Hättet ihr da unten kannst du... Sonnenwege ist der Hedgehog. Nein, das ist Super Mario Galaxy. Ach. Wow, die sind ja alle zusammen. Warum crashen sie zusammen? Crash und Burst? Crash wollte ich auch. So ne geile Sendung. Oh, den hast du gleich. Gleich hast du Bacon Boy. Brahm. Oh, das ist ein langweiliger Kampf. Die fliegen einfach alle hinter mir. Ja, also... Was soll man halt tun? Da ist er, gleich hast du ihn. Wups, wohin ist er jetzt gegangen? Der da runter. Oh, Enti, er ist schneller als du. Da unten gibt's voll viele Alte. Ja, sorry. Heil dich. Heil! Freude, schöner Götter. Was? Steht ihr vor, Deutschland kriegt eine neue Hymne? Was würde sie sagen? Ey, jetzt ist deine Chance, richtig den Witz abzulassen. Wir sind echt nicht mehr wie in den 40er, ja. Das ist das Slogan von Deutschland. Wir sind keine Nazis, wir versprechen es. Ich hasse Wolf. So ein langweiliger Charakter. Gott sei Dank haben die den aus Smash ausgenommen. Ja, der war einfach voll schon der Platzverbrauch. Was waren so richtig scheiß Smash-Charaktere? Dr. Mario von... Er holt sein Item, das er dann unten hinterlässt. Ich bin fertig, Jungs. Wir sehen uns dann morgen. Was? Welcher Charakter? Ganondorf. Äh, Ganondorf ist von der Copycat von Captain Falcon. Ja. Das regt mich so auf, der hat ein verficktes Schwert als Thorns und er verwendet das nicht. Aber benutzt er überhaupt sein Schwert bei echten Zelda-Kämpfen? Die Twilight Princess hat das auch im Fertigkampf, glaube ich, verwendet. Wirklich? Da gibt's einen Fertigkampf. Ich kann gar nicht mehr erinnern an den Boss, falls ich den Twilight Princess... Wahrscheinlich, weil er scheiße war. Richtig episch. Episch? Gut. Das Internet hat das Wort episch so zerstört einfach. Ich glaub, ohne das Internet gäbe es das Wort episch gar nicht. Doch, natürlich gäbe es. Es ist einfach die Geschichte, das Wort gewesen für... Okay, wahrscheinlich ist das Wort wegen dem Internet berühmt geworden. Aber das Internet wusste wieder den Weg, es vollkommen zu zerstören. Wie alles. So ziemlich. Komm her, du Scheißkuchen. Komm her, du dummes Arschloch. Schicken gegen Hund. Aua! Mein Arsch. Und der einzige, der gewinnt, ist... Doktoral wie es eben... Ich denke, das ist dann die erste richtige Serie, die wir auf diesem Kanal beendet haben. Also seid gespannt. Das ist ein historischer Moment für uns alle. Auf einem Säbertablett, wenn man es so sagen will. Wo ist der Pinner? Da ist er. Wo, wo soll er sein? Da. Achso, ja stimmt, du spielst auf dem Gamepad. Boah, und zwar echt episch. Das war ein epischer Tod, ja. Einfach auf den Boden legen. Warum ist er nicht hochgeflogen und explodiert? Das war's. Okay, gut. Das war Phase 1. Also jetzt können wir da reinfliegen, Anthony. Bist du bereit? Ja. Für den Bosskampf gegen Mr. Raffenmann. Andros. 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 Andri. Es kommt mein Fadi. Spoiler alert, du Stück Scheiße. Soll ich einfach mal die anderen Wege fliegen? Ne, ne, ich denke das bringt nichts. Es ist zwar brauchbar, es ist wirklich nur Zeit. Schau mal, hier sind die magischen Plasmablöcke. Wow, was ist das für eine Scheiße? Ich flieg mal nach rechts, weil rechts ist da, wo der Daumen links ist. Du Stück Scheiße. Ich erschieße euch alle. Ah! Soll ich alle meine Bomben verschießen? Nein, bitte nicht. Das sind drei, die brauchst du noch. Für Dotcom. Ich hab übrigens nur zwei Leben oder so. Das kriegst du schon hin. Da gibt's ja goldene Ringe. Da. In der letzten Stage. Ups. Spoiler, du Stück Scheiße. Da ist ein goldener Ring. Hol ihn dir und du verdienst einen Stern. Ach, sie tust ja hier leben, farmen lassen. Ja, haben die ja im N64 Teil auch gemacht. Da läuft man, da fährt man ja nur diese fette, diesen fetten Schacht runter. Das ist vollkommener Zeitverbrauch, was man da macht. Man könnte direkt dahin gehen. Oh, und das war's, oder? Ja, jetzt kommt mein Fuddy. Jetzt kommt ein Fuddy. McCloud. Oh, wo kommt er? Ja, jetzt kommt er. Hallo! Geile Sonnenbrille, mein Freund. Ich kann den einfach schießen, wenn ich will. Mach's. Oh, der ist ein Geist. Diese Ghost. Diese gute Ghost. Okay, er sagt hier, Fox. Okay. Darüber. Ah, shit. Was? Was? Du hast seinen Vater enttäuscht. So unnötig. Der nennt einfach seinen Sohn nach der Spezies. Also, ich mein, so ein Mensch, ne? Ja, aber es gibt hier doch keine... Ach so, doch. Der sagt, besiegt von einem Fuchs. Also, das ist echt ein bescheuerter Name. Ich hasse all diese... Ich hasse dieses Spiel. Das war ein Meme, sorry. Guck, der macht auch so geile Wort. Warum spricht der so passiv? Der könnte doch was richtig cooles erzählen. Ja, zum Beispiel. Ich hab... Nein, das sagt er nicht. Warum lässt Andross zu, dass hier ne Halluzination vom Vater ist? Der hilft ihm nur zum Ziel zu gehen. Wenn hinter ein hindernes Leben ist, das hindert mich gar nicht, den Damage Boost zu müssen. Echt dämlich designt. Das ist alles dämlich designt, die ganze Stage. Alter, ich denk, du bist... Schieß mal, schieß mal. Alter, ja, die lassen dich echt hier leben, Farbe. Äh, wohin? Keine Ahnung, geh dahin. Oh, nein. Ich verliere jedes Mal ein Leben, wenn ich falsch schrifte, oder? Wirklich? Ja. Ah, nee, du wirst wortwörtlich... Nein. Ich hatte gerade drei Leben. Du hattest vier Leben. Ich hab's gesehen. Du wirst resettet. Oh! Wo ist er? Andere Richtung ja dann einfach. Ja. Was bringen die Medaillen? Warum sollte man jetzt einen 180 ziehen und dann einfach wegfliegen? Okay, tschüss. Oh, pass auf, es sind die Plasma-Blöcke, so wie vorher. Du hast genau, genau dasselbe. Warum setzt der nicht einfach eine fette Wand dahin? Da gibt's keine Chance durchzukommen. Anthony. Das ist einfach so... Bist du bereit? Vater. Ja. Oh, du... Du glühst. Wieso kämpft der Vater nicht mehr? Ja, stimmt. Der ist tot. Ja, der ist tot, aber... Ich mach das Licht dann für ein bisschen Atmosphäre. Ja. Ups. Es ist fett, der Rappen, Mann. Habe ich wohl eine interessante Story. Äh, Rappen, Papa. Es war einfach nur eine Animation von einem fetten Affen, Mann. Ah, ja, den Scheiß musst du wieder machen. Ah, schick. Ja, da musst du auf den Fernseher achten. Wo bist du? Ah, da bist du. In der Mitte. Ganz winzig. Direkt in die Wand geflogen. Ja. Hol dir gleich einen... Da hinten. Goldener Ring. Ja. Du hast vier Leben, du hast genug Zeit. Also der Boss ist einfach nur ein riesen Haufen Affenscheiße. Also so einen großen zusammengefasst. Wow. Ja, ja, ja. Wow. Ich krieg Flashbacks. Wo ist hier der Scheiß-Eingang? Ah, das ist auf dem Gamepad, nicht auf dem Fernseher. Ach so, ja. Ich hab mich eben gewundert, warum leuchtet da nichts. Okay, rein da. Hol dir gleich einen Ring dazu. Also jetzt findet ihr heraus, er ist eigentlich ein Roboter. Das muss jetzt ein bisschen geschockt kommen für manche, aber wisst ihr was? Das ist mir sowas von scheißegal. Also. Wenigstens haben die gemacht, dass er kein riesiger mystischer Affenkopf ist, sondern einfach nur eine Maschine. Also habt Spaß damit, denn das ist wortwörtlich jeder Nintendo Boss ever mit den zwei Händen und den zwei Schwachpunkten. Pass auf Mario! Also was musst du machen? Ah, ja. Einfach nur eine Hand zerstören. Ah, nein. Hm. Ja, ich denke, der muss ausweichen. Das bringt da nichts. Obwohl die Attack... Oh. Oh. Hä? Ich fall immer runter, oder was? Ja, natürlich. Das sieht man da auf dem Fernseher. Ich seh das aber nicht. Ja, das stimmt. Aber hey, das Gamepad musste man verwenden. Das ist die Wii U. Das ist die Zukunft. Schieß ab! Schieß Hand! Schieß Hand! Schieß Hand! Schieß! Oh, renn weg, du Stück Scheiße! Hä? Was ist gerade geschehen? Ja, du bist zwischen... 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 Ja, das B steht für Backwards. Ah, jetzt musst du wegfliegen. Ja. Das ist die Attacke, die einfach alles zerstören lässt, und wo die Kamera sehr dumm gedreht wird, wenn man nicht schnell genug ist. Ja, ja, zum Beispiel. Hast Glück gehabt! Oh nein! Alter! Ah! Ich bin ein Köter ohne Spaß! Hast du gehört? Der sagt nicht... Kuscheln und Kö... Winzeln und Kuscheln wie ein Köter ohne Stolz, sondern ohne Schwanz. Ohne Schwanz, ja. Warum haben die das nicht hingemacht? Weil Schwanz ist ein böse Wort. Wie ist das ein böse Wort? Schwanz, nein, nein. Ich denke, du musst wegfliegen, wegfliegen. Und wieder rein. Rein in den Furry-Robo-Kampf. Enton, gleich hast du seine zweite Hand. Ah, okay, doch nicht. Er gibt dir eine Bro-Fist. Fuck, was ist das? Ah, ja, da musst du das abschließen. Ganz schnell, ganz schnell. Ja. Du hast es geschafft, Anthony. Ja, du hast es geschafft. Flieg nach Robin. Okay, gut. Ja, jetzt macht er eine... Oh, wieder denselben Scheiß, ha? Okay, ist gut. Ja, das ist unmöglich. Denkst du, das reicht? Ja. Okay. Also, jetzt hat er keine Hände... Oh, da oben ist ein Laser-Ding. Das wird dir helfen. Ah, flieg weg, flieg einfach weg, flieg weg. Ganz ehrlich. Ich finde, der Boss ist eigentlich relativ einfach nur Bullshit. Im Gegensatz zu den anderen Bosskämpfen, die es... Ja, du musst jetzt wegkriegen, oder? Ja. Zu, zu dem Gegensatz zu den anderen Bosskämpfen. Es gab ja den geilen Wurmkampf, den fand ich richtig geil. Und dann noch der Schniedel am Ende. Der war auch ganz lustig. Er ist doch schon drin. Warum sagst du das? Also, jetzt, was musst du jetzt nochmal machen? Ah ja, jetzt macht er diese Attacken. Ah, stimmt, ja. Und dann musst du ihn in den Mund schießen. Ah ja, da musst du immer hoch und runter in sauberen Abständen und so. Schieß auf deine... Ah, du hast keine mehr. Scheiße. Ja. Flieg weg. Er benutzt den... Ach so, die Attacke kann... Ich denke, der hat... Oh, jetzt nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ja. Ah, aber da hat man kaum Zeit. Da muss man nochmal nach hinten und wie viel Schaden man da machen kann, ist echt unmöglich. Hast du ihn einmal verletzt? Okay, gut. Ah ja, die Kopfnuss. Hab ich vollkommen vergessen. Okay, okay. Alter. Und jetzt nach oben. Oder nach unten. Und jetzt nach oben. Ah, ich würde mir jetzt Ringe holen, oder? Ah, es gibt keine. Es muss noch welche geben. Da gab's so... Scheiße. Oh nein. Einer von den Dingern kann ich umbringen. Alter. Ah. Was war das jetzt für eine Attacke? Ich hoffe nicht. Oh, das ist nur der Kopfnuss. Okay. Also gleich. Was passiert jetzt? Was macht der da? Alter, wenn nochmal die Laserattacke kommt, dann kann man nicht so richtig sein. Flieg nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ja. Oh Gott, Alter. Ich drehe gleich durch. Nein. Was ist das? Nein. Was ist das? Oh mein Gott. Oh, sorry, wenn wir jetzt ein bisschen still waren, aber halt. Ich musste mich halt echt konzentrieren. Wir haben eine halbe Stunde für den Boss das letzte Mal gebracht. Gott sei Dank. Oh, was ist das? Haben wir Endlos besiegt? Wir haben so keinen scheiß Bock auf dieses beschissene Kackspiel. Oh Mann. Ich war so positiv gestimmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh nein, ich muss jetzt noch was machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du musst jetzt noch irgendwo schwul ausweichen. Du hast noch vier Leben. Ich denke, dass du den Bosskampf damit nochmal von neu beginnen musst. Wohin? Ah. Du musst ihn nochmal ausrechnen. Pass auf. Wieso müsst ihr das jetzt machen? Das wird doch kein Zelda, wo die Bosskämpfe Spaß machen. Alter. Ihr halt. Ich versuche das nicht mal zu beschützen. Der Bosskampf von Zelda. Ich habe bisher... Andere Richtung. Ich habe bisher eingespielt. Traurigerweise. Also richtigen 3D-Server. Den Twilight Princess. Da gibt es vier verschiedene Formen. Du musst zu deinen Freunden zurückkehren. Oh, jetzt. Jetzt wird es. Was? Du bist doch ein Geist, dachte ich. Oh, abschließen, oder? Nee, ich kann nicht. Ich kann mich nicht umdrehen. Hä, was sollst du dann machen? Sollst du eine Bombe hinterlassen? Ah, nee. Okay, er ist tot. Ist auch vollkommen unnötig jetzt das Ende. Und ich kann mir vorstellen, wie viele Leute da noch gestorben sind. Ja, weil sie einfach den Controller aus der Hand gelegt haben. Und sich erstmal eine Hand voll... Donuts. Nee, einfach Drogen in den Mund gesucht haben. Wow, das war's. Das war's. Das war's. Kackspiel. Scheißspiel. Okay. Miyamoto, wieso machst du das? No. Grundsätzlich. Wir haben heute eigentlich gestorben. Du bist ein Held, Fox. Hallo. Fox. Jetzt bin ich aber gespannt. Dein Vater ist schon tot, du Idiot. Ja, der ist jetzt zweimal gestorben. Okay, also. Star Fox Zero. So vom Großen und Ganzen. Von 1 bis 10. Was gibst du's? 4. 4? 3. So, Tini. Ganz ehrlich, ja. Die erste Hälfte war nicht schlimm. Die war echt nicht schlimm. Was ich mochte, war am meisten die Direct Eye Mission. Die haben's ein bisschen aufgeschüttelt. Aber das Ende. Die haben's einfach nicht... Das hat sich immer länger gezogen. Ja. Und dann noch dieses Beschissene. Zu meinem Überraschen hab ich das jetzt beim ersten Versuch geschafft, Gott sei Dank. Aber meine Fresse. Was mich am meisten überrascht hat, ist wie ab einem Punkt im Spiel die einfach nur gedacht, die einfach nur die Level nicht individuell machen wollten, sondern einfach nur schwer. Also die haben's einfach nur auf Schwierigkeit gestellt. Ich hab keinen Bock auf die Trades. Wir können jetzt sehen, wer alles diesen Scheiß produziert hat. Ich find's einfach interessant zu sehen, wie wir uns entwickelt haben von... Ich kann verstehen, warum... Hast du's einfach ausgeschaltet?